Wir haben uns ja damals Points of Authority angehört und hier ist es echt so, dass man nur Mike atmen hört. Sonst hattest du ja immer Chester und Mike. Das klingt wirklich gut, wie die zusammen da singen. Das harmoniert. Wow. Alter, Falter. Das ist unfassbar. Fuck ey. Das ist so aggressiv betont. Richtig. Ja, was soll ich hier sagen? Das ist ultra krass. Also die kann das auf jeden Fall singen. Ey, das ist mega. Ich mag diese Töne, die da so nach oben ausschlagen. Ihre Stimme ist da wirklich prädestiniert dazu. Also die ist wirklich geschaffen dafür, diesen Song zu singen. Wenn sie singt und der Ton bricht so aus, das klingt richtig fresh. Das ist einfach nicht so, dass du das achst. outro Dieses Riff ist sogar ein bisschen tiefer gespielt als ursprünglich. Du hast, du hast, du hast, du hast, du hast. Du hast, du hast, du hast, du hast, du hast. Das ist auch schön, wie die beiden sich hier absprechen. Dieses Hin und Her zwischen Mike und Emily, das ist großartig. Die verstehen sich musikalisch einfach blind. Richtig gut. Hier jetzt. Boah, richtig geil. Richtig geil. Richtig geil. Richtig geil. Untertitelung des ZDF, 2020